So, man kann jetzt hier noch außen rumlaufen. So, hier ist wohl so eine Art Außenmauer. Zeige ich euch das mal. Schade, dass ich jetzt nur noch 20 Minuten Zeit habe. Aber kann ich immerhin etwas sehen. Das ist ja wirklich eine Riesenanlage hier. So, hier geht es allerdings. Ich will gleich mal gucken, wie ich da noch zum Turm komme.